In diesem Jahr feiert unser Kulturfestival X sein 20-jähriges Bestehen und wir haben wie immer ein buntes und facettenreiches Programm in der gesamten Städteregion. Die Idee des Kulturfestivals ist ja in allen zehn angehörigen Kommunen entsprechende Angebote zu machen und das gelingt auch dieses Jahr wieder richtig gut. Wir haben insgesamt sogar elf Veranstaltungen, Livemusik, Videoperformance, exklusive Konzerte und Lesungen sind dabei. Das Ganze startet am 12. März in Basweiler mit dem Gruselkabinett und am 18. Juni in Mongchau enden wir mit der Ausstellung Jump, der Sprung von rund 30 Fotografinnen und Fotografen in unserem Forum in Mongchau. Ich finde es jedes Mal faszinierend, wie es unserem Team rund um Nina Mika Helfmeier gelingt, wirklich Künstler in die Region zu kriegen, die sonst wirklich in ganz anderen Metropolen auftreten. Und von daher, glaube ich, ist für jeden Kulturinteressierte in der Städteregion was dabei. Das Ganze können wir anbieten zum Vorverkaufspreis von 10 Euro. Der Vorverkauf startet übrigens am Samstag und das geht nur, weil wir wirklich viele treue Sponsoren dabei haben und da gilt der Sparkasse Aachen ein ganz herzliches Dankeschön. Ich freue mich abschließend darüber, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine Kooperation mit dem Grenzlandtheater hinbekommen haben. Auch hier wird es zwei Veranstaltungen im Juni geben, die dann auch nochmal unser Kulturfestival abrunden. Also, wer mit dabei sein möchte, ab Samstag kann man die Karten im Vorverkauf erwerben.